Radio SAW. Morgens bei Merkels. Garantiert politisch inkorrekt. Äh, Joachim, mit Frühstück bin ich durch. Ach, kannst du das hier mal eben in die Spülmaschine räumen? Danke. Was, bis zur Woche? Nein! Was ist denn? Die Klobürste hat doch gar keinen Holzgriff. Ich glaub, ich versteh das Prinzip Spülmaschine einfach nicht. Ach, da fällt mir ein, ich weiß gar nicht, wer diese Woche streikt. Du? Was ist denn mit den Piloten? Ich mein, die wären doch mal wieder dran, oder? Der Tarifvertrag ist doch schon zwölf Wochen alt. Da könnte man doch mal nachverhandeln. Oder die Zootiere. Die Zootiere? Ja, für mehr Futter und kürzere Öffnungszeiten. Du, die müssen sich ja locker mehr als 40 Stunden pro Woche begaffen lassen. Das für eine Handvoll Stroh- und Dosenfutter. Und haben keine Gewerkschaft. Vielleicht gründe ich mal eine. Die GDZ. GDZ? Ach, die Gewerkschaft der Zootiere. Ich hab ja Zeit. Ja, ich komm ja. Äh, du, ich muss los, Justianne. Ich mein, ja, achi, hm. Und, äh, können meine Winterstiefel eigentlich auch nicht spülmaschinen? Nein! Aber da sind keine Holzgriffe. Nein! Ist ja gut. Choleriker. So. Ach, na, weg mal wieder. Guten Morgen, Robert. Guten Morgen, Frau Merkel. Sag mal, Robby, weißt du eigentlich, ob es in dieser Woche Streiks gibt? Äh, ich weiß nicht so genau. Und wenn ja, wer streikt? Also jetzt mal der Dauerstreik eurer Ampelregierung ausgenommen, nicht? Äh, weißt du, Frau Merkel? Echt jetzt mal? Das ist wirklich unfair. Ach komm, schon ist ja nur Spaß. Robert. Morgens bei Merkels. Die besten Comedys für euch. Nur auf Radio SAB.